Hallo, hier ist der Martin, mein Name ist der Dachsanalyse für den Donnerstag, den 5.8.2021. Unser Dachs, ja, der hat hier zum Mittwoch gut was ausgebrütet, hat sich, muss man nicht so sagen, wieder gut nach oben gearbeitet, heuer fleißig, hat ein bisschen was ins Nest gelegt und ja, da muss man gucken, ob da was rausschlüpft. Also per Definition, ich meine, er schaut da oben ganz schön an dem Trigger rum, weil der so schräg da gezogen ist, aber der ist noch nicht über die 700 rüber, aber jetzt kommen wir mal Zahlen von Adidas, Bayer und Co, also wenn da so eine Bayer auch mal ein bisschen positiv vielleicht überrascht, erstaunlicherweise, von denen ist man ja seit ein paar Monaten, vielleicht sogar Jährchen, eher Gegenteiliges gewohnt, könnte das natürlich auch unseren Dachs ein bisschen antreiben, auch wenn die nicht mehr so viel Kraft hat, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, Allianz folgen auch jetzt irgendwann die Tag, also es sind schon ein paar Werte, die da jetzt noch ein bisschen pushen können, ich glaube auch eine Post ist mit dabei, also es sind einige Sachen, die jetzt reinkommen im Dachs und da muss man schon ein bisschen nachher ruhig sein, weil in so einem Zusammenhang natürlich mit guten Umsätzen auf den Aktien, meist auch gute Umsätze auf den ETFs und auf den Futures und so weiter einhergehen und wenn er jetzt in so einem Moment dann natürlich ausbricht mit hohen Umsätzen, dann kann er schon ein paar Punkte geben, also wir können vielleicht mal im Tagesshot zuerst reingucken, da müssen wir auf jeden Fall sagen, wir befinden uns exakt auf diesem Niveau, von dem wir schon ganz oft immer wieder weit runter geschlagen wurden, nach wie vor, also der Bereich ist nicht dafür bekannt, dass wir hier immer wie Butter nach oben durchgegangen sind, wir befinden uns genau an der Stelle, wo es immer wieder hart runterging, immer wieder gut aussah, wir immer wieder gesagt haben, jetzt kann er oben ausbrechen und nie hat das getan, das ist ganz klar, diese Stelle, ich brauche eigentlich gar nicht näher heranzoomen, wir sehen das, aber wir sehen eben auch von hier dieses Auftreiben, dieses Abflachen nach unten, hier hat er gute Chancen gehabt, wir haben lange darüber gesprochen, wie der DAX fallen kann, was er dafür tun muss, ein Stückchenweise langsam runterfallen bis zum Wochenschluss, vielleicht irgendwie so Richtung 350, 230 zu schieben, das ist nicht das, das ist nicht das, was wir da beschrieben haben, er steigt jetzt raus und er knackt jetzt die 700 und das war so ein bisschen kleine Abbruchbedingung, wo wir gesagt haben, also gut, das würde ihn eher oben antriggern, ne, grundsätzlich wisst ihr von mir, mir ist es momentan ein bisschen Rille, was er hier macht, mir wäre es lieb, wenn er langsam sich aus dieser Seitwärtsverklemmung mal löst halt, ne, wir haben saisonal schwache Monate im Fokus, wir haben aber auch gesagt, dass auch nichts dagegen spricht, wenn er, bevor er richtig fällt, nochmal alle Shorts rausballert, die seit Monaten hier jetzt Nerven auf Reiben drin liegen und die Leute sind absolut mit dem Nerven am Ende, das merkt man immer wieder, wie schnell auch Leute wieder hochputschen, wenn mal den Markt fällt oder der Markt steigt, man merkt es einfach, dass die, dass die Leute hier neben Seitwärts ganz schön gefrustet sind alle und das bietet natürlich Potenzial zu bereinigen, oben wie unten und deswegen kann es durchaus sein, ne, da haben wir ja vor ein paar Tagen mal drüber gesprochen, dass der DAX halt oben auch richtig erst mal rauszieht, jetzt wo alle den saisonal schwachen Monat erwarten und dann erst hinten raus eben, hinten in Richtung Monatsende erst tatsächlich sich wieder zurückfedert und vielleicht den Monat mit 100, 200 Punkten minus erst mal bloß beendet, dann war es trotzdem statistisch schlechter Monat, der in die Statistik eingeht als roter Monat, ne, das würde dann trotzdem passen und deswegen bin ich jetzt zum Donnerstag insbesondere auf der Oberseite ein bisschen vorsichtig, ja, weil ich würde schon sagen, alles was über 700 und insbesondere 37 geht und wenn wir jetzt im Tagesschat hier mal gucken, das ist nix, wir können hier eine Linie ziehen, ähm, wir können hier eine Linie ziehen im Sinne von über dieses hoch, über dieses hoch und über dieses hoch, ja, dann könnten sagen, okay, hier vielleicht so eine 830, ja, wir können aber auch sagen, okay, oberes Band liegt um 890, hier oben ist die 940 und könnten deswegen eigentlich sagen, alles was über 737 geht zum Freitag, äh, zum Donnerstag jetzt, kann Richtung 830, 890, 940 schlagen, das wäre für mich eine Zielzone, erst mal, so und dann kann es natürlich sein, dass es sich auch danach dann direkt erst mal wieder nach unten fletzt oder halt einfach mal oben abräumt, ha, alles hier rausruppt, irgendwo hier ins Nirgendwo reinsteht, so 16350, so irgendwo rein, wo keine Stop-Loss mehr liegen, äh, bis 16.000 liegen bestimmt ordentlich Klumpen und 16250 ist auch so eine Marke, wo gerne Leute sich positionieren, einfach mal so, guck mal, da braucht er einen Tag zu, ja, hier guckt mal, wie solange so eine grüne Kerze im Tag sein kann, wenn der hier oben jetzt zum Donnerstag steht, kann er zum Freitag theoretisch hier sich einfach mal hochstellen, 16180, Montag aufwärtsgap und dann Rolle rückwärts, komplette Rolle rückwärts wieder, wenn er alle rausgehauen hat, das wäre für einen DAX typisch, ja, ich sage deswegen jetzt nicht, dass er steigen muss, legt mir bitte wieder nicht die Worte dann verkehrt herum aus, wir sprechen durch, was für Szenarien kann der DAX machen, welche Szenarien kennen wir vom DAX, welche sehen wir häufig, das heißt nicht, dass ich sage, der DAX steht am Freitag oben bei 16.180, na, viele stellen sich dann gerne dann am Freitag hin und sage, pö, jetzt stehen wir bei 15.300 und du hast erzählt, der ist bei 16.200, so ein Schrott, was machst denn du nur, nein, darum geht es nicht, es geht darum, sich vorzubereiten, was kann, wie passieren, wenn der DAX bestimmte Sachen macht, ja, das ist ganz wichtig, diese Wenn-Bedingung einfach mit einem zu beziehen und die Wenn-Bedingung hier oben ist einfach 730, 700 jetzt zu passieren, zu überwinden, neues Allzeit hochzustellen, wenn er das macht, hier hochsteigt, dann hat das schon ein gewisses Potenzial, einfach Stopps zu reißen, Shots zu squeezen, ne, das ist für den wahrscheinlich leichtes Fressen, ne, wenn der jetzt immer noch per Aufwärtsgebringer, aber stellen sich doch früh schon alle Short dagegen, das sehe ich schon richtig kommen und dann hat er natürlich leichtes, leichtes Spiel oben halt ein bisschen zu bereinigen am Ende, ne, und von daher würde ich schon sagen, alles, was zum Donnerstag jetzt hier oberhalb von 7, 7, 737 weggeht, ist für mich ein bisschen Risiko auf der Oberseite, weil er kann sich dann austoben, ja, wir haben die 8,30 ein bisschen im Blick, die 8,90, die 9,40 und darüber, ja, muss man auslaufen lassen, wahrscheinlich bis Montag erstmal, ne, das nützt dann nichts, also wenn er es denn anspielt, wenn er es denn anspielt, spiel dir das nicht an, zeigt er uns wieder nur, oh, die 700, die tut mir so weh, aua, 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 ich kann da nicht drüber, dann fällt er auch wieder, dann macht er das, was er die ganzen letzten Wochen und Tage gemacht hat, das heißt, wenn wir hier jetzt zum Donnerstag sehen, dass der uns nach unten abwartet, dann geht er zuerst auf die 6,40, 6,40 wird jetzt von oben eine gute Unterstützung, dreht er sich dort hoch, spätestens, ich sag mal, 600, 6,10, dann kann er von dort nochmal probieren, den Ausbruch nachzuziehen, die 7,30 zu überwinden und sich Richtung Montag tendenziell dann Richtung, ja, 8,30, 9, äh, 8,90, 9,40 und mehr zu entwickeln, ja, das heißt, zum Donnerstag auf jeden Fall das wichtige Unterstützungsbereich, wenn er nach unten treibt, sollte der tiefer gehen als die 600, ne, dann ist das hier oben wieder mal ein Fehlausbruch, den wir im Buch haben und dann würde man wieder so eine Bewegungswelle von hier oben, von dem neuen Hoch, was wir ja jetzt schon haben, wieder weg projizieren und würde ihm dann nach unten raus wieder Platz geben, ja, das heißt, er kann dann auch schön durchtauchen und deswegen würde ich schon so sagen, ähm, unter 15.600 hat das Risiko nach unten, deutlich, deutlich Risiko nach unten, das kann zum Donnerstag wahrscheinlich erstmal auf eine 5,10 gehen, das kann aber auch schon, ne, das wird wahrscheinlich nicht viel mehr werden, ähm, aber eine 5,10 kann das schon durchtauchen zum Donnerstag werden und dann hätte er auch nichts anderes wieder gemacht, als das, was er den letzten Tag auch mal gemacht hat. So, wer jetzt da steht und sagt, naja, was soll ich denn jetzt machen, Martin, ne, du sagst, auf der einen Seite kann der oben abhauen und auf der anderen Seite kannst du sagen, der fällt hier runter und macht so eine Welle wieder. Im Endeffekt müssen wir uns einfach danach richten, was kommt, wir müssen das handeln, was wir sehen und wenn ich sehe, dass der über 700 und über 37 geht, dann werte ich das erstmal als Stärke und dann werte ich das als Chance Richtung 87 und dann ist das für mich ein Long-Kandidat. Wenn ich sehe, dass der schon ersten zwei Stunden rumduchtelt, ich muss ja nicht 8 Uhr schon die erste Position drin haben, ich muss auch nicht 7.30 Uhr oder 6 Uhr oder 3 Uhr oder direkt nach dem Video die erste Position reinmachen, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Man sollte sich das schon früh die ersten Minuten erstmal angucken, wie kommt der rein, jetzt haben wir verschiedene Sachen durchgesprochen, was passt denn am besten dazu, wonach sieht es denn gerade aus und dann ist man früh in der Regel schon viel, viel, viel schlauer wie ich jetzt hier, der ja, der Stand jetzt noch im Dunkeln tappt und einfach nur sagt, was ein DAX typischerweise machen würde, wenn er oben rausgeht und was er typischerweise machen würde, wenn er unten rausgeht. So und typisch wäre eben, dass er erstmal die 640, 600 nochmal austestet, wenn er sich schwach zeigt und dann muss man dort aufpassen, kommen dort grüne Stundenkerzen, ist das auch long, dann sind das long Chancen, weil er von dort wieder komplett nach oben durchzimmern kann und bis 87, 800 und mehr. Ja, geht er aber per roten Stunden komplett da durch, auch unter die 600 drunter. Na dann ist für mich oben wieder Fehlausbruch 67 und dann kann man sich dort immer noch Rückläufe schnappen und dort Shorts probieren. Ja, Richtung 55, Richtung 15, um dann auch vielleicht im Freitag Shirt aufzubauen, weil wenn der Donnerstag da unten schließt, dann kommt am Freitag auch noch was hinterher und dann geht das auch am Montag noch eine Rutsche weiter tiefer. Ja, und deswegen kann ich mir schön den Donnerstag erstmal angucken, wie startet der rein, ne, wozu passt das am besten von dem, was wir beschrieben haben und dann wird mitgegangen. So und mehr brauche ich da eigentlich gar nicht zu erzählen, das ist genau das, was, wie ich, wie ich rangehen würde, wie ich es machen würde. Ja und von daher will ich hier gar nicht viel mehr Zeit verschwenden, ich bin so ein bisschen spät heute dran und macht damit hier das Video zu, wünsche euch viel Erfolg und wie gesagt, guckt am Anfang, wie der drauf ist, ich glaube aber, der wird relativ früh schon ganz schön Druck drauf kriegen, also hoch oder runter zu, die Zahlen dann alle durchblubbern und macht was draus, ne, handeln, handle das, was du siehst, ja, das ist die schöne Börsenregel und die ist so wahr, das ist so wahr, weil die meisten bereiten sich vor und handeln dann genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich selber manchmal sogar erwartet haben, einfach weiß ich, reflexartig, instinktiv gegen Bewegung dagegen geschlagen. Sobald sich auch was schnell bewegt, so wie ein Reflex mit einem Hammer auf so ein kleines grünes Menschen, was unten aus dem Loch rausguckt, wird einfach drauf gehauen, ne, und wenn da eine grüne Kerze kommt, dann muss da unbedingt ein Short rein und Short, Short, Short und wenn dann nur grüne Kerzen bis Tagesende kommen, dann muss da überall Short rein und das funktioniert, ja, bekanntermaßen eher nicht. Also, handelt, was ihr seht, guckt ein bisschen, guckt euch an, wie ihr sich bewegt. Wir haben zwei Szenarien, die natürlich auch, jetzt sage ich mal, gut volatil beschrieben sind, ne, vielleicht bringt ja gar nicht so viel, aber ich, das ist Donnerstag, es kommen ein paar Zahlen, wird schon eher ein bisschen mehr Bewegung mit einplanen. Ja, guckt auf die 640, guckt auf die 600, guckt oben auf die 37, auf die 700 und ja, also wenn er dann bei 850 steht, wenn er bei 790 steht, dann ist er über 37, wenn er bei 745 steht, dann ist das über 37, ja und alles, was dann über 37 ist, das hat tendenziell eher Chancen nach oben. Wenn wir dann oben an so einer wichtigen Mark, eine fette rote Kerze sehen, dann kann man da vielleicht mal was probieren, aber ansonsten hat er oben Auslauffläche nach oben, Überraschungspotenzial und so weiter und so fort, Short Squeeze und so weiter und so fort, Möglichkeiten sind genügend da und kennen wir auch vom DAX ausgiebig und von daher wird es ein spannender Tag, es wird ein kritischer Tag, denke ich, für viele, es wird auch, denke ich, ein Tag, wo wieder viel geschimpft und gestöhnt wird und gemeckert wird, einfach weil die Leute wieder ein Auslassventil suchen für ihre Positionen, also versucht euch dann auch nicht darauf einzulassen in irgendwelchen Foren, in irgendwelchen Chats, ihr seid die souveränen, ihr seid die, die vorbereitet sind, ihr seid die, die gut reagieren können und vielleicht aus der Schwäche der anderen Profit schlagen können, das sollte das Ziel sein, nicht dann darauf einlassen, wütend werden, sich mit anderen in irgendwelchen Diskussionen verzetteln, weil in dem Moment, wo ich mich mit jemandem diskutiere, dann nehme ich immer eine andere Stimmung persönlich ein, das geht in einen rein und dadurch verändert sich eine Risikoneigung, das beachten viele nicht, aber durch die mentale Verfassung ändert sich die persönliche Risikoneigung und plötzlich macht man Tradingfehler, die man sonst nicht macht, weil man risikoaverser wird oder risikoscheuer oder wie auch immer halt, oder so eine scheißegal Stimmung reinkriegt und dann kommen richtig Fehler, die wehtun und Geld kosten und von daher gar nicht erst darauf einlassen, cool bleiben, neutral bleiben, ihr seid die, die die Kontrolle haben über das Depot und was passiert, dann lasst die anderen schimpfen, strampeln und machen, Kontrolle bewahren und das Handeln, was ihr seht, ja, mehr kann ich euch hier nicht raten und ich denke, das sind gute Ratschläge, das sind gute Ratschläge, also ich wünsche euch viel Erfolg und wir hören uns morgen, bis dahin, tschüss.